In dem heutigen Video werden wir uns den brandneuen Trailer von F1 2021 vom brandneuen Circuit in Miami, dem F1 2022 Miami International Autodrome ansehen und im Anschluss daran werden wir uns dann gemeinsam eine Hotlab auf dieser Strecke angucken und werden dann vielleicht mal versuchen herauszufinden bzw. zu antizipieren, inwieweit auf dieser Strecke ein geiles Racing möglich ist oder vielleicht auch nicht und ich würde sagen, damit starten wir jetzt rein mit dem Trailer, den Codemasters gestern veröffentlicht hat Kleine Randinformationen für euch, ich kannte den Trailer sogar schon, denn das ist ein Trailer, den wir schon auf der F1 Pressekonferenz gesehen haben aber für euch ist das natürlich alles neu und deswegen werden wir heute mal gemeinsam uns diese Strecke angucken und dafür werde ich jetzt mal den Trailer starten Ich finde es wichtig, aber wir müssen heute auf die Welt zurück, wenn man das ist, dann da die Welt ist, dann geht das Schöpfchen und schütte und dann steht woser im Video werden noch nicht Ja, wie ich persönlich finde, ein wirklich richtig geiler Trailer, also wirklich schön gemacht, hat eine gewisse Hektik, eine gewisse Dramatik, dann diese Musik im Hintergrund, ja, die ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, wenn man sich das dann zweimal angehört hat, dann passt das schon irgendwie und auch ziemlich geil geschnitten, ziemlich cineastisch, wenn man das mal so ausdrücken mag und ja, also mir hat es auf den ersten Blick ganz gut gefallen, was mir richtig geil gefallen hat, war eigentlich der Motoren-Sound, also wenn DNF1 2022 so ist, dann, da wissen wir schon mal, da haben sie alles richtig gemacht, aber wir wollen nicht zu viele Erwartungen an das Spiel stellen, ne, erstmal tief stapeln und uns dann am Ende überraschen lassen, denn dann ist die Freude größer, wie wenn man am Anfang denkt, man hätte jetzt wieder das ultimativ geile Spiel direkt von Anfang an, deswegen wollen wir erstmal tief stapeln und schauen erstmal, ähm, ja, was Code Masters uns da quasi auf den Tisch legt. Jetzt wollen wir aber in die Hotlab starten, beziehungsweise in die Hotlab reinschauen und, ähm, dann werde ich so ein bisschen die Streckenführung, beziehungsweise die gesamte Charakteristik, äh, der Strecke analysieren, beziehungsweise mit euch besprechen. Let's go! Tja und hier und heute handelt es sich natürlich, wie so häufig bei solchen, äh, Hotlabs von neuen Rennstrecken um eine Mod aus Assetto Corsa Competizione, das Originalvideo habe ich euch unten in der Videobeschreibung jetzt verlinkt. Jetzt schauen wir jetzt erstmal die Hotlab an und wir sehen, 100 Meter Stil geht es hart runter bis in den zweiten Gang, dann geht es hier in die Beschleunungsphase, fünfter Gang, einmal kurz lupfen hier für die Rechtskurve und dann auch hier wieder sechster Gang, siebter Gang, wahrscheinlich über 300 kmh, knapp 300 kmh, dann geht es hier in eine schnelle Links-Rechts-Passage, die sieht eigentlich relativ nice aus, muss ich sagen, oh, das ist sogar dann noch eine Linkskurve danach, also eine schnelle Kurvenabfolge, die dann immer hänger wird, erinnert mich gerade so ein bisschen an den großen Preis von, äh, Hanoi, den wir ja nur einmal bisher gesehen haben und dann geht es hier wieder auf eine relativ lange Gerade, wo es dann wahrscheinlich auch eine gute Überholungmöglichkeit geben wird, ich kann mir vorstellen, dass es da eine DAS-Zone geben wird, wir sehen wieder auf der rechten Seite 100 Meter Schild, ist so ziemlich der Standard-Breaking-Point, dritter Gang hier in die Hanoi-Kurve rein, dann geht es hier, ja, oh, sehr, sehr schön, wenn man da links außen sitzt und sich dieses Geschehen angucken kann, es erinnert so ein bisschen an den großen Preis von Mexiko, oha, das ist ja eine richtig brutale Schikane und, ah, boah, ey, okay, krass, also das, das ist so, so ein bisschen Zickzack-mäßig, habt ihr das gerade gesehen, das waren ziemlich harte Bremszone in relativ kurzer Zeit, spannend, also sowas habe ich noch nicht so häufig auf Rennstrecken gesehen, das ist auf jeden Fall mal was Neues und dann gibt es wieder eine relativ lange Gerade, wo es möglicherweise auch eine DAS-Zone geht, bevor es dann hier in diese Hanoi-Kurve geht und dann, ähm, ja, beschleunigt man wieder raus hier auf die Start- und Zielgerade und da haben wir links diese riesige Tribüne, beziehungsweise zwei Tribünen sogar, tja, und damit ist dann auch eine Runde hier auf dem Miami Autoroam geschafft mit Lewis Hamilton's Mercedes, ähm, also meiner Meinung nach, mein erster Eindruck, diese Strecke, äh, ist definitiv vom generellen Layout besser als der große Preis von Las Vegas, mir persönlich fallen jetzt hier gerade auf der Strecke mehr außergewöhnliche Details ein, die der Strecke, äh, mehr Charakter verleihen, ähm, es gibt eine gute Abwechslung zwischen Highspeed-Passagen und auch engen technischen Passagen, auch sehr interessant diese Zickzack-Kurve, von der ich eben gesprochen habe, also da bin ich gespannt, wie, wie die zu fahren sein wird, das wird, äh, bestimmt nicht einfach werden und, ähm, ja, meiner Meinung nach sind wir auf der Strecke auch über hohe Manöver gegeben, also, wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, das ist nur meine persönliche Empfindung jetzt anhand dieses Gameplays, wir können uns selbst von der Renn-Action dieser Strecke überzeugen nach dem kommenden Rennwochenende, denn da wird die Formel 1 in Miami gastieren zum ersten Mal und da freue ich mich persönlich drauf, ich hoffe, ihr auch, ähm, ich bin gespannt, was das Rennen uns bieten wird, ich hoffe, euch hat das heute wieder Spaß gemacht, ich hoffe, was hat euch hier unterhalten, falls es so sein sollte, gerne einen Daumen nach oben lassen, würde mich persönlich sehr freuen, für den höchstwahrscheinlichen Fall, dass ihr neu sein solltet auf dem Kanal, lasst jetzt gerne ein Abo da, würde mich persönlich natürlich auch sehr freuen und würde den Kanal ganz nebenbei auch extrem supporten und damit soll es das von dem heutigen Video auch mal wieder gewesen sein, danke fürs dabei sein, bis demnächst, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.